Hallihallo, ich bin's mal wieder die geile Gabi, heute mit Vodouva auf Seetown. Dem Typ würd ich gern mal einen kauen. Er schießt hier locker einen Trippel. Dabei zwirbelt sich mein rechter Nippel. Vodouva ist echt gut bestückt. Würd mich freuen wenn er mich mal beglückt. Aber denkt immer daran meine Freunde. Wie die Sniper eines Mannes so auch sein Johannes. German Top CD Shorts